Für einen Klub ist die Krise beendet, für den anderen wird's langsam richtig ungemütlich, Hertha besiegt den HSV 2 zu 1, beendet damit seine Serie von sieben Spielen ohne Sieg. Die Hamburger warten jetzt seit acht Spielen auf einen Dreier, und ihnen droht der Sturz auf einen Abstiegsplatz. Gewinnt Bremen Sonntag, 15.30 Uhr, gegen Augsburg, rutscht der HSV auf Platz 17 ab, et. Hertha köpft den HSV Kaone. Dabei fällt das erste Berliner Tor mehr aus Versehen, bei einer platten Hartecke geht Fahndrongelen nicht konsequent mit Berlins Niklas Stark, 22, mit. Der will den Ball mit dem Rücken zum Tor eigentlich per Kopf verlängern, doch das Leder segelt direkt ins Netz. 1 zu 0, 17. Da guckt selbst der Torschütze überrascht. Nach der Pause treffen die Berliner dann wieder per Kopf. Und diesmal auch mit voller Absicht. 50. Minute. Weiser Ecke von rechts. In der Mitte gewinnt Karim Rekik, 22, das Duell gegen Ektal Binde Strich 2 zu 0. HSV-Trainer Markus Giesdol, 48, reagiert, bringt mit Jan Fiete Arp, 17, und Tatsuya Ito, 20, zwei frische Spieler. Und mit ihnen kommt Schwung ins HSV-Spiel. 73. Minute. Papadopoulos liegt im Strafraum quer. Arp zieht per Volley aus rund 13 Metern ab. Er zielt mit der Hilfe des Innenpfosten sein erstes Bundesligator im zweiten Einsatz Binde Strich 1 zu 2. Stürmer Juvel Arp war erst Dienstag von der U17-Weltmeisterschaft aus Indien, dort fünf Tore in fünf Spielen, zurückgekommen, trainierte nur zweimal mit der Mannschaft. Trotzdem wird das HSV-Spiel mit ihm viel besser, auch wenn der K.O. am Ende nicht mehr zu verhindern ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017